die zuschauer hier sind wir wieder weiter im zentrum und fragt das mal kurz hingesetzt wer hat ja eigentlich mit ferien geplant aber ist halt nicht einfach irgendwann die haben wir zu viel langweile oder zu tun oder beides oder man weiß ich ist nicht mal so einfach als handwerker ja aber wir müssen jetzt erst mal noch zu unserem chef glaube ich noch ein bisschen was abgeben dann haben wir noch eine kleine bestellung noch ausliefern so wir haben genau das mit den röhrchen kommen ausliefern ab dem spiel immer noch zieht die mir dann da noch holz ich nur holz holen holster holz machen und geben erst unseren hacker werden was ist hier los gehen wir erst mal zum chef oder war mir schuld ich weiß gar nicht mehr ich hab's wissen ja im urlaub wird man schon ein bisschen so schon dann kommt aus dem rhythmus irgendwie alles nicht so man braucht erst mal sechs wochen um reinzukommen dann ist man wieder raus so mann chefchen hier wasserrohre bitteschön ich weiß wir legen viel auf dich aber nur du lieferst immer das schätze ich bin stolz ich in meinem team zu haben ja und ich bin stolz bezahlt zu werden also wenn man das schon ja wohl 15.000 erfahrung 1000 ruft 1.000 geholt das sieht doch gut aus da kann man richtig sagen so das ist auch noch mal habe ich das nicht sogar schon selten ja ja okay was will er das in drei tagen könnte man wahrscheinlich machen so oder wann auch wieder weiter machen so kann hier diese wand damit erziehung anbringen doch ich weiß ich so da haben wir das auch ein cocktail wir haben urlaub und können noch nicht mal ein cocktail nehmen hier ist einfach mal mit ausdauer verbrauchen das macht alles für spaß so ich muss noch hier irgendwas um bohren so jetzt endlich mal jetzt kann mir ein cocktail leisten so kurz das vergnügen naja so zack das haben wir dafür hast jetzt ein transfer gemacht für die 20 zentimeter okay so gucken wir mal was wo sind wir jetzt die falsche maschine ich wollte hier dran eigentlich eisensperr und schild da die holzdinger da kommen direkt zu machen aber habe ich nicht nur unser teil wir brauchen uns ja nur veredeln sind mit unserer waffensammlung hier reisen schild hier nicht oder alles zu heute feierabend waren für heute leute das sind die dinge ok ja kann sein ich habe vielleicht noch von oben museum aber da willst du nicht rausnehmen das ist der super schock schild habe ich das verwechselt das ist ja noch mal eine ganz andere stufe ok da machen wir das ding hier so alle wollen sie jetzt hier waffen anscheinend müssen sich den neuen krieg hier keine ahnung mal gegen die privatausrüstung hier von freder kann man so eine ganze armee ausrüsten hier alles hier rum liegen haben da kommt hallo batman unser bett und vorbei wenn hier rumlaufen hallo mis naja gute rocky genau da täuscht wieder eine arbeit vor so bitteschön hier sind eine du weißt schon herr mit der kohle und das macht mehr spaß wenn du was hast darauf schlagen kannst solche kupfer oder so zum scheinarbeiten sehr hier nicht bei den beamten so geht es nicht frau kristol jetzt bringen ganz genau großes vorbild die so aus ja ja gut durch holz brauche ich noch okay wir brauchen ein reitmeerle ein reittieren wo ist es da ist es schon ach ich wollte eigentlich drauf springen aber hatte ich ganz ganz klar weil geckogels mitkommen dann kommt es einfach mit so jetzt noch ein bisschen holz ohne nebo die leute verkloppen kann auch spaß machen jetzt mit kommt hier so dann holen wir uns noch ein kleines bisschen holz dann können wir den anderen speer auch weg fertig machen wir uns unsere komplette truppe mit neuen waffen ausgerüstet die wahrscheinlich nächste woche kaputt sind gibt man sich eigentlich mühe die haltbar zu machen die damit nicht umgehen können die kerne wenn es alles aus stein näher würde wahrscheinlich unschuld ein bisschen besser damit umgehen haben wir hier eine gute logan sie sogar für beinahe am tuch am unten hallo ich so lange auf der flucht war schlafe ich manchmal draußen besser als drinnen der hemmel ist als meine decke der bogen und zwei kisten und die helle morgen sondern mich weckt und sich erstellt dass ich den tag und verschlafen und ein husklin ein wachschlägt ja so ist das in der natur so lange auch genau so holz hier freunde boxerschwein kommen wir mal hier volle kanone blubb jawohl sehr schön gerne auch mal schnell hier das holz klein das nehmen wir schon mal mit und hier muss man auch mit so versteinert das neue ein bisschen mehr das ist noch gleich wieder neues holen dann sitzt du jetzt ach komm jetzt so das war sie ist ja wie keine chance so oder adoptiert aber wir haben ja keine doppelbett bei uns oder sowas bringt alles nix kompionen auch genug wir haben zum plastik mitnehmen gebrauchen leute immer recyceln und wasser sparen so so ist richtig wenn das noch mal ein baum ja so weg damit so noch zehn mal versteinertes holz so asis im doppelpack hier den im moment was ist mit dem hassen los hier betrieb hier und da zu ärger machen so haben wir noch einen helikoniennagel sehr schön da freut sich fangen so eine springreizige baum überall olympia mal einführen hier springreiz mit siegen würde vielleicht mal ein bisschen mehr spaß in die veranstaltung kommen so machen es viel zu ernst so weiter geht's zack na genau das ist jetzt nicht ich weiß es nicht stört das ding juhu ach was ich schon nacht wie lange wo ist er da rumgefahren der umweg genommen hier das ist ja und schon geht aber aus oder so einen schönen abend zu zweit fenty ach da ich wusste dass du es bist ja wer sitzt sonst auf der ziege herum mit dem strohut ok ist jeder fahrer des bruders will ich ganz genau was ich will runter ok das war überhaupt dabei ich glaube nicht wo warst du dabei heute ich bin dieser wachsend mit der arbeit helfen ja natürlich unbezahlt ha ha kein problem überhaupt kein problem so ist noch holzstückchen ja kartenholzplanken die sind wir noch moment wo zeigt mir dann eigentlich nicht an ich doch das teil da machen und das ist jetzt fertig jawohl ich brauche hier nur ein normales holz da kein spezielles dann ist er easy ich dachte ich musste vorher noch was machen so ich brauche mal blutsteine irgendwann so war noch was damit der will ja den selten der vogel unschuldung ist auch selten ich habe einmal blutsteine gemacht das ist richtig ja 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 da müssen wir was recyceln so nochmal ups hier steine so dann können wir noch ein paar steine hier draußen und schnappen ich komme hier nicht warum komme ich nicht vorbei dieser scheiß randballon hier steht der ist so riesig also gibt es doch nicht kommt an dieser fläche nicht vorbei das hätte es aber auch anders sein können so manche sachen wir müssen noch ein paar hier festgesteine immer nur festgesteine und dann lossteiner äh wird hier auf zu bütteln mutiert so einer da unten ist auch die homoise die vor sich hin bild ja die wird man schon ehlich dann bewegen sie uns schon orientieren irgendwie eine kiste auf den kopf fallen lassen die wesentlich wir haben ja eine homoise hansi dann sage ich doch da müssen wir schon um den schlafplatz kämpfen wenn der spieler nicht will dass jedes tier einen schlafplatz hat ui das ist jetzt interessant ja merle so dass wenn jetzt hier vorbeikommt diese blöden ballon pflanze ich besser irgendwo draußen hin geht dann auf die nerven so wir müssen hier mal die duft aus dem ballon lassen das ist voller blödsinn das teil viel zu viel platz wächst unpraktisch ganz nicht vorbei hier nur irgendwo platz da aber die kann man dann auch nicht laufen totaler unfug das ding hier vielleicht hier allerdings das ist nur so ein kleines ballonchen und das ding aber die fläche ist riesig für den teil also echt unpraktisch echt unpraktisch so zack blutstein und ein stahlsperr sehr schön so und dann können wir was soll man mit dem stahlsperr machen weil der auch noch irgendwie zu veredeln ach hier brauchen wir so eine holzplanke der braucht einen normalen stinknormale ok ok das ist ja auch genau der normale kann man auch nochmal veredeln können wir noch mal ein bisschen mehr raus mit rosenstein aber genug von das ist kein problem aber nochmal perfekt draus so sonst ja jetzt ausliefern dann müssten wir schon glück haben dass sie hier draußen rum rumgeistern so mir eine hat ihre aufgabe erfüllt ach ne das war äh batman welche aufgabe auch immer hatte da war nicht mehr kämpfen den joker fangen ich weiß nicht ne da hinten hast du unschuhl der pennt doch schon längst in seinem aus oder poliert seine steinsammlung da brauche ich nicht hin der ist anscheinend schon zu hause ups ok jetzt haben wir hier glänzen rüstenpilze können wir natürlich nochmal einsammeln immer von von der ziege kommen so 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 ein paar pilze kartoffeln wollte ich eigentlich hier stimmt da noch mit kartoffeln ne so auf mehr alle nach hause man muss Kartoffeln ausliefern für unsere jahrmals stopp so sieht es hier aus ok nutz pass auf potato paula aus sehr gut so trotzdem nicht so viel kattoffeln ne sieht es aus ok geht wieder schon wieder happy ne sehr schön und auch happy und verdauen ne da freut ihr euch schon auf die nächste Kartoffeln fuhre äh äh nichts über stärke hier äh das wird dann oder die pilze kommen hier rein kartoffeln mögen sie ja nicht tomatenfeele eigentlich sind die noch weiter schön rosa bleiben warum habe ich eigentlich keine tomaten mehr kathomaten habe ich gepflanzt hm haben wir eigentlich gepflanzt pflanz ja jo wie sieht es hier aus das ist aber schließlich die ganze zeit schon hier los tschüssi ja wenn du jetzt hier die hier ab ähm schließt du da lass uns früh ins bett gehen aber noch nicht hier ich meine hä ich bin halt damit raus okay jetzt hat sie mit Hier ist eine Tür. Wofür habe ich eine Tür reingebaut? Es geht denn hier ab? Okay. Das ist alles... Sollte ich alles hinterfragen. So, Rosenwein, Kaktus, hier, Kartomaten. Wie viel habe ich davon? Auch nicht so viel. Na, pflanzen wir mal was zu haben. Drei. Ja, okay. Ein bisschen Tüngen. Ist hier irgendwo so ein Kaktus gepflanzt? Hier. Ein bisschen Dünger haben wir ja noch. Das wächst alles. Da brauchen wir eigentlich nichts machen. Das hat genug. Okay. Gut, dann sind wir fertig. Dann gucken wir mal, was unsere Elsie-Line macht hier. Die im Gewächshaus übernachtet oder so. Stundenlang hier rumsteht. Äh. Ja, also. Geh auch an deinen Stall am besten. Und gucken wir mal, was da aus aussieht. Joker, geh auf ins Bett. Und was das Handy macht. Und ich zocke nie heimlich wieder. Und warte, dass ich zurück bin. Ha. Erwischt. Oh nee. Sandy ist im Bett. Sandy ist aber noch hier am Fernseher gucken, oder was? Was machst du? Du musst jetzt ins Bett. Kind. Ach ja, ganz der Vater, ne? Ja. Was soll man machen? Was soll man machen? Soll man einen schönen Reisköder? Reis ist gut. Gibt Kraft. So, ab ins Bett. Siehst du, die brauchte nur einen Reisköder. Und schon zieht sie ins Bett. So, als kleiner Tipp für Eltern. Einfach einen Reisköder. Und Feierabend. So. Ups. Dann gehen wir auch mal. So, ah, sie leiden uns auch schon. Und jetzt, sehr schön. Dann können wir uns auch schlafen legen. Jawoll. Mimimi. So, dann haben wir hier alles. Diesmal können wir zum Besuch kommen. So, da können wir jetzt mal ausliefern. Unsere Waffensammlung an die Ziviltruppe ausliefern. Können wir wieder an sich den Kampf gegen den Räubern stellen. Weil, ja, hier gibt es so viele. Okay. Aus dem Weg. Sandy, Wendy. Ich muss an Andy. Nee, äh, so. Wir müssen an dich. Und schon ist hier zufrieden. So. Der Reisköder war ja lecker. Aber jetzt geben wir hier nochmal was Vernünftiges. Sagen wir mal so. Äh, was haben wir noch? Ich hab nur 68 Tomaten. Okay. Okay, können wir mehr. Hm. Na gut. Schön. So. Äh, machen wir was Vernünftiges hier, Kind. So. Wie wäre es mit einer schönen Sandschlange? Können wir immer gebrauchen. Können wir lange dran lutschen. Lecker. Salz halte ich. Können wir alles gebrauchen als Kind im Wachstum. So, weiter geht's. Upp, Upp, Upp. So. Ups, hallo. Kein Mensch, da heute. Wutschleider. Sieben. War auch nicht so viel. Na gut. So, will ja auch niemand hier Waffen haben oder sowas. Stahlrahmen. Das ist auch nicht gerade unlandlokrativ. Können wir machen. Können wir machen. Wiesel, schmerrlen, Nashorn, Kaktus und Burgess. Ach, der war so kleinst aufträgen. Na, wir gehen das mal die Ziviltruppe suchen hier. Schmeißen, äh, die Waffen lang den Kopf. Was ist hier los? Guten Morgen, Sandtrock. Es ist 47. 43 Zeit für ein kleines, äh, Tintenangriffchen. Zack. So. Guck mal, ob, äh, unser... Läuchen Gracie. So. Ganz genau, sie war ganz fein. Und er ist heute auch wieder ganz edel. Also, die Farbe wird sich ein bisschen schwierig. Der Bruder, der Brunten, der Schwester, ja, so ist das manchmal. Ich werde heute aber kein Spaghetti Bolognese essen oder sowas. Das gibt so Flecken. Seit Sonntag, nee, auf Freitag. Okay, so früh, morgen schon so schick. Na ja, warum nicht? Hey, weh. Audi auch, jawohl. So, mag ich für dich irgendwas? Ich muss auch noch mal ein bisschen einschleimieren. So ein Chef. Jo, du bist Handwerker. Was kann mir denn hier schön schenken? Stahlstange. Guck mal, ich hab da genau eine, die bräuchte ich nicht. Bitteschön. Aber die haben wir noch einmal verbrauchen. Dafür kann ich ein bisschen dörflich klauen. Ach nicht schlecht. Dankeschön. So, nehmen wir einfach mal mit. So, hey, hier. Oh, die Anzeige ist schon wieder aus. Habe ich das Schwede nicht gesehen? So, wen haben wir hier? Ah, und schon. Okay. So, hier ist dein Eisenschwert und Schild Spezial. Einfach für dich. Das ist gut. Ich brauche das für Zeug. Danke. So, auch nicht wieder kaputt machen. Nehmen keine Garantie. So, das haben wir schon mal. Sehr gut, sehr gut. Ah, Miraleine auch heute ein ganz feines Zwirn. Aber es ist heute irgendwo ein Fest oder was? Ich will keine schönen Köpfe. Die Tee-Party. Wir können auch mal wieder eine Tee-Party machen. Das haben wir viel zu lange nicht gemacht hier. Das ist auch noch Justice hier irgendwo. Logan. Was ist der? Ist der zu Hause? Der Sieg ist zumindest da. Hey, Silversurfer, wie geht's dir so? Eines Tages würde ich immer Glück in den Peripherien versuchen, aber niemals so langes Sandort einer wachsamen Hand braucht. Das sage ich auch mal ganz genau, ja. Wann machst du da deine Surfschule eigentlich hier auf? Okay. Cooles Outfit, ja. Das ist ja sonst einer. So, Andy. Äh, Früchte. Ist jemand hier? Na gut, es geht auch arbeiten. Flop. Soll ich auch einen Umgang zulegen? Das ist jetzt hier so in es. Der kann, wenn ich auch. Eigentlich habe ich... Äh. Das Outfit habe ich in das. Mh. Bup, bup, bup. Blau machen ist jetzt nicht so ein Problem, Freunde. So. Was ist denn hier? Oha. So. Der Superhelden. Strandurlauber. So geht das. Zack. So, wir haben irgendwie so Urlaub. Ganz genau. Ich habe das hier gemopst. Und ich habe es jetzt bei ihm gemopst. So ist er jetzt Unschur, Mensch. Wir sind sperrlos werden. Hallo, Sandy. Neue Waffen für die Ziviltruppe. So, wir haben es gebaut. Äh. Was ist denn der Kerl jetzt? Äh. So. Hier. Das ist noch nicht fertig. Was ist das? Planken. Das wollen wir mal machen. Wo ist der Kerl denn jetzt? Äh. Da bin ich gerade noch vorbeigelaufen. Jetzt also. Jetzt müssen wir mal die Limousine raushauen. Ich habe noch nie mehr gepfiffen. Ich mache dir das. Äh. So, Vorsicht. Achtung. Achtung. Da ist er ja. Hey, Justice. Mein Reitier ist größer als seins. So. Hier ist ein super Stahlspeller. Hey, das ist gut. Es war ich nochmal für den Bankartwerker. Wir sehen uns bald wieder. Wahrscheinlich ist es in der Stadt. So, wunderbar. Ja, aber auch. Ne, du nicht. Halt, halt, halt. Wie geht's hier? Oh, willst du zu welchen Kuhdruckssofa? Du bist kein nechter Satz-Drucker, vergiss es einfach. Äh. Schürtzt, jetzt ist uns das Zeug hier. Hm, wie ist es mit dem Feuerwehrskörper? So, bitteschön. Ja, ich bin auch fraglos. Auf Wiedersehen. Gut, der hat jetzt hier so keine Wünsche. Dann biebeln irgendwas. Das ist mir doch jetzt eher wurscht. So, haben wir das auch geschafft. So, alle sind zufrieden. Wir haben ordentlich ausgeliefert. Sehr gut, ups. Ich komme jetzt hier bei ganz anderen Dingen widmen. Nicht weiter aufleveln. So, Auftragsverfolger. Was gibt denn hier noch Spannendes? Okay, wir müssten noch diesen Stahlrahmen machen. Da fehlen uns... Oh, manganstallstangen und Gusseisenstangen. Ah ja, okay. Erstmal mache ich das. Dann machen wir manganstallstangen ganz viele. So, wunderbar. Schießt ihr mit dem Gemüse? Oder... Anke, schwebst du? Na ja, gut. Wenn du das kannst. Schwebende Kamäle hier in Sandrock. So. Er hat schon die ganze Kartoffeln wieder weggefressen. Wir machen hier damit. So, jetzt kann ich euch hier an die restlichen Tomaten jetzt. Okay. Okay. Worst, ob schreist du hier so rum? Äh, okay. Sandbeeren hat eigentlich genug, oder? Dann kann man noch mal. So, ein bisschen, paar Tage reichen. 3, 4, so. Sauberspiegel, wie wird das Wetter? Ja, wir kriegen endlich mal wieder einen Sturm. Sehr schön, dauert es noch ein bisschen. Aber das ist ja wegen meiner Aussicht hier. So, apropos Aussicht. Wir gucken mal, dass wir jetzt den Rest des Tags noch ein bisschen schön und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Denn Sandrock weiter aufleveln. So, okay. Bald vor 71 bis 75 dauert es noch ein bisschen, bis wir in den Dungeon in den neuen Abschnitt kommen. Halleluja. Das ist aber echt langwierig. Na gut, ist ja auch noch ein bisschen Endgame, ne? Na, gucken wir mal, was wir hier ansonsten noch machen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Königst du auch einen Urlaub in der Urlaub-Parte und arbeite nicht zu viel. Arbeiten, 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 arbeiten. Musik Untertitelung des ZDF, 2020